Wunderbar. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, den Markus kurz anmoderieren zu dürfen. Der ist sehr aktiv hier in Regensburg in der Hacker-Szene, unter anderem im Ratespona Coding e.V. und auch sehr aktiv eben vor allem bei der Organisation von Hackathons. Bisschen Schleichwerbung hat er gemeint, macht er gleich selber noch zu erwähnen, hier vor allem der Hackerberg. Und genau, was hat das jetzt hier mit dem Vortrag zu tun? Der Vortrag, wenn ich das richtig verstanden habe, besagt, das nachhaltigste Event ist kein Event. Und sie haben sich eben damit befasst, wie jetzt ein Hackathon in dem Fall beispielhaft nachhaltig gestaltet werden kann. Ich bin sehr gespannt, was rausgekommen ist und ob ihr ein paar schöne Tipps für uns habt, wie man den CO2-Fußabdruck zumindest reduzieren kann, wenn auch nicht ganz vermeiden bei einem Event. Gut, dann übergebe ich dir das Wort. Du wolltest eh selber zu dir noch was sagen. Genau. Super, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Frohe Ostern erstmal. Schön, dass sich doch ein paar von euch eingefunden haben. Genau, mein Vortrag ist nachhaltig gewähnt der Organisation schwierig. Ist ein bisschen Clickbait. Ist gar nicht so schwierig, es geht schon. Ich spreche so ein bisschen über mich und den Verein oder den Verein und mich. Die Motivation, die Hackerberg selbst kurz und dann gehe ich eigentlich durch, was wir getan haben, um die letzte Hackathon hier in Regensburg möglichst green, möglichst nachhaltig zu gestalten. Einerseits das Event selber, aber auch inhaltlich. Und dann gebe ich noch ein kurzes Fazit am Ende darüber. Genau, Markus, mittlerweile 30 seit letztem Jahr, habe Medieninformatik im Bachelor und Master hier an der Uni studiert. Der erste Hackathon war genau hier, die erste Hackerberg war in den OTH-Gebäuden. Also wir haben hier den, nee, wir haben drüben den Eröffnungstalk gehabt und dann war hier immer die Workshop-Räume. 2016 erstmal als Teilnehmer dabei gewesen. 2017 in der Orga dabei. 2018 sind wir dann an die Techbase rübergezogen. Das ist hier so ein Startup-Center gegenüber. Ja, und bin seit 2019 so Fullstake-Entwickler hier in Regensburg mit so einem gewissen Frontend-Fetisch manchmal ein bisschen. Man sieht es an der Front. Genau, kurz Schleichwerbung. Wenn ich jetzt hier immer zwischen wir und du wechsle, dann liegt es an meiner Vortrage Inkompetenz. Der Rat des Brunner Coding e.V. hat sich aus der Hackerburg rausgegründet. Wir machen mittlerweile nicht nur die Hackerburg, sondern auch eine Vortragsreihe immer wieder in Regensburg wiederholend mit IT-spezifischen Themen. Versuchen einfach so Events in Regensburg zu organisieren. Wir haben schon einen Kinder-Hackathon organisiert. Wir sind so in der MINT-Förderung auch aktiv hier in Regensburg. Genau, und das hat sich alles aus diesem Hackathon einfach raus ergeben. Kurz zur Finanzierung, wir machen dieses Event, wir sammeln Sponsoring-Gelder ein, um das Event zu finanzieren, da bleibt immer ein bisschen Geld übrig. Und daraus versuchen wir halt Vereinsaktivitäten und weitere Events zu organisieren. Ganz grob dazu. Genau. Motivation. Ich habe wirklich vor dem Vortrag einfach mal ein bisschen gegoogelt. Das ist so wirklich, was man bei Google News aktuell findet. Ich mag mich teilweise auch nicht mehr so wirklich mit diesem Thema Klimawandel, oder es war schon auch mal schlimmer, beschäftigen, weil es wirklich keine guten Nachrichten immer sind. Auch wenn es die Bundesregierung aktuell versucht, schön zu reden ein bisschen, ist das Thema einfach wahnsinnig deprimierend und schwierig, weil es einfach an ganz vielen Grundfesten und Grundmechaniken einfach kratzt. Und ich will das jetzt auch gar nicht so politisch auftreiben, aber ich weiß jetzt nicht, ich kenne fast alle hier, ich kenne zwei nicht. Ich weiß nicht, ob ihr aus Bayern kommt, aber wenn man dann sowas liest, dass er das Landgericht in München stuft in die letzte Generation als kriminelle Vereinigung ein, aber Leuten, die dann mit ihren Traktoren überall rumfahren, wird dann zugehört, weil irgendwie der Diesel mehr subventioniert werden muss. Und da fragst du dann wirklich, wie wirklich dieser politische Wille auch regional ist, dieses Thema ernsthaft umzusetzen. Ja, ist ein deprimierendes Thema einfach. Und ich war letztes Jahr wirklich, oder wir, ich glaube, es geht vielen so, ich bin nur nicht nur ich, aber ich spezifisch als Hauptorganisator mit in dem Verein, dieses Hackathons war wirklich auch in so einer depressiven Schleife gefangen, weil einerseits zu wenig passiert und andererseits die Nachrichten immer schlimmer werden. Wir merken es ja jedes Jahr aufs Neue. Ja, das ist so ein, ich habe so ein Bild rausgesucht, Kopf in den Sand stecken. Also man fängt dann an, irgendwie sich immer weniger zu informieren, immer weniger zu machen. Es gibt so Studien darüber, die zeigen, dass vor allen Dingen junge Leute wirklich so vor, wegen Zugangsaufsichten, depressive, also mit Depressionen einfach immer mehr zu kämpfen haben oder sich komplett politisch isolieren und abkapseln davon. Und ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig, Marina Weisbrand. Das ist eine ehemalige Piratin, jetzt mittlerweile grünen Politikerin, Harald Lesch. Die haben zwei sehr gute Interviews gegeben zum Thema Selbstwirksamkeit und was wir ändern im Kleinen. Und das Motto, dass ich so, ich habe kein wörtliches Zitat gefunden, aber dass ich rausgegriffen habe, was ist Selbstwirksamkeit im Kleinen statt erlernter Hilflosigkeit. Ich glaube, also dieses Problem ist ja so global und groß, dass man sich als einzelne Person ja komplett hilflos fühlt. Ich glaube, dass jeder irgendwie was ändern kann, im Kleinen bei sich und dadurch eventuell eine Veränderung im Großen bewirken kann. Und ich führe so Diskussionen auch im Familienumkreis, ja, warum müssen wir da als Deutschland da schon wieder vorausgehen und sowas. Habe ich mir heute gespart. Das Problem ist einfach, wenn niemand was macht und keiner vorangeht, dann wird einfach nichts passieren. So ist es. Und genau, nur weil andere nichts machen, heißt es ja nicht, dass ich nichts machen muss. Und dann war so meine Überlegung, naja, wo habe ich denn irgendwie Selbstwirksamkeit und wo kann ich denn was ändern? Und das ist halt diesen Hackathon mit über 120 Teilnehmern plus, wie viel sind wir dann, wahrscheinlich am Ende sind wir so 180 Leute in der Spitze mit Sponsoren und Orga-Team und sowas. Und diese 120, es treffen sich am Wochenende 120 Leute und arbeiten an ihrer Idee. Hackathons sind so ein bisschen im Verruf geraten, die die letzten paar Jahre, weil immer mehr Firmen drauf aufgesprungen sind. Klar haben wir Firmen als Sponsoring-Partner, die das Event praktisch finanziell tragen. Für die ist natürlich der Recruiting-Aspekt wichtig. Für uns als Veranstalter ist eigentlich wichtig, dass wir ein geiles Event haben. Hey, Alter, ihr baut zweieinhalb bis drei Tage an irgendeiner technischen Lösung, wollt ausprobieren, wollt was technisch ausprobieren, go for it, was da am Schluss rauskommt, ist uns nicht wichtig. Ihr sollt Spaß haben an dem Event, an der Technik haben. Und für Firmen ist es halt ein Recruiting-Event. Wir finden das okay. Genau, kann man immer drüber diskutieren. Genau, und ich habe mir gedacht, nee, ich habe organisiert den Hackathon, kann ich ja da irgendwie versuchen, das Thema reinzubringen. Und wir haben eine Klausur jedes Jahr und da kam dann der Motto-Vorschlag, Hackerburg goes green, also die Hackerburg unter dem Motto der Nachhaltigkeit 2023 zu organisieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Genau, das war dann dieses Jahr das Logo. Und uns war wichtig, wir haben jemanden im Verein, der ist zur Zeit nicht mehr so aktiv leider, aber der sagt immer ganz gute Sätze, der Kasper. Der Kasper hat auch gesagt, das nachhaltigste Event ist kein Event. Und er hat auch gesagt, ihm war damals auch wichtig, ich glaube, dass das der Kasper gesagt hat, wir sind nicht CO2-neutral. Also das ist auch ganz wichtig uns gewesen im Wording vorweg oder in der Kommunikation, dass wir nicht kompensieren wollen, bewusst nicht, sondern halt wirklich CO2 oder überflüssigen Ressourcenverbrauch zu vermeiden. Und ich verbrauche ja trotzdem CO2, auch wenn ich irgendein Regenwaldprojekt in Südamerika fördere. Also ich verbrauche ja trotzdem das. Und dieser ganze Kompensationshandel, auch nicht darauf eingehen, mit diesen CO2-Zertifikaten ist auch fragwürdig. Und deswegen haben wir gesagt, wir sagen bewusst nicht, dass wir ein CO2-Zero-Event sind oder irgendwie sowas, weil das einfach Blödsinn ist. Also wenn ich das irgendwo lese, auch auf Produkten immer Blödsinn eigentlich. Genau, das nachhaltige Event ist kein Event, das habe ich schon mal gesagt. Ist natürlich auch ein Konflikt. Es kommen haufenweise Leute nach Regensburg, auch jetzt dieses Wochenende. Naja, wir müssen halt trotzdem ein Event machen. Und kannst halt versuchen, den Fußabdruck zu reduzieren. Genau, wie fängt man an? Ich habe jetzt im Vorfeld des Vortrags nochmal ein bisschen recherchiert. Und es gibt mehr Materialien, die wir letztes Jahr benutzt haben als Leitfaden. Ist vom Umweltbundesamt so ein Leitfaden, der ist 2020, glaube ich, zum ersten Mal publiziert worden. So eine nachhaltige Eventorganisation findet man ganz easy. Ist ein extrem umfangreiches Dokument, was man alles tun kann, um so ein Event nachhaltig zu organisieren, welche Punkte es gibt und so weiter. Da ist ein wirklich gutes Dokument, fand ich zumindest, fanden wir zumindest. Genau, und dann haben wir dieses Dokument zusammengeschmissen mit unserem eigentlichen Logo für dieses Jahr. Plus, das sind die Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung. Das sind ganz verschiedene Punkte. Und wir haben da irgendwie, ich habe vorhin ja diesen UI-Fetisch erwähnt. Und haben das dann praktisch in unser Green-Symbol dieses Jahr zusammengebacken. Macht tatsächlich auch Sinn, später noch auf dem Event komme ich dann auch noch drauf, warum das tatsächlich sinnvoll war. Das sind die ganzen Punkte, die dann dahinterstehen. Das sind zwölf Ziele, die sich wirklich eins zu eins aus dem Leitfaden des Umweltbundesamtes ergeben. Da geht es um Mobilität, die Location selber, Energy und Climate, Aufbauten von, Messebauten, Aufbauten, Producement of Products and Services, genau, wo kommen diese ganzen Produkte her, Scatering, Müll, Wasser, Giveaways ist ein großes Thema immer, Organisation und Kommunikation und Evaluierung des Events, Zugänglichkeit und das Gender-Man-Streaming. Genau, ich werde nicht auf alle eingehen, keine Angst. Ich habe mir ein paar rausgegriffen, die ich am wichtigsten finde. Und als der wichtigste Faktor, der ist gleich der erste, das ist Mobility. Atmosphere ist auch so eine Kompensationsseite für Flugreisen. Also ich habe auch noch andere Quellen dann gesucht, das ist dann die nächste Slide. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die sind, aber ich habe nur zwei oder drei Grafiken gefunden. Aber die gehen alle in die gleiche Richtung. Genau, ich kann eigentlich gleich auf die nächste Slides switchen. Also der Haupttreiber für Events, ich glaube, hier ist es ein bisschen anders noch, weil ich glaube oder hoffe, dass viele Leute aus der Region sind oder mit dem Auto hergefahren, mit dem Zug hergefahren sind, ist bei uns ähnlich. Aber trotzdem, der Haupt-CO2-Treiber ist, Leute müssen irgendwie auf die Location kommen. Und diese Zahlen schwanken zwischen 70 und 84 Prozent. Der zweitgrößte Treiber ist dann die Unterkunft, Hotel, die Übernachtung vor Ort. Eventuell hast du noch irgendwie wegen anderen Events dann in Las Vegas dein Hotel und dann musst du noch extreme Kühlkosten mit einrechnen. Auch bei uns nicht so krasses Problem. Catering ist dann geringerer Post mit zwischen 3 und 10 Prozent, Müllentsorgung und was noch so kommt. Also ihr seht, Mobilität ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Und das andere werde ich auch darauf eingehen, aber es ist nicht so problematisch. Genau, wir haben die letzten Jahre immer versucht, schon, auch wir haben damit geworben auch, zu sagen, hey, wir bringen, also ihr müsst euch vorstellen, Regensburg, das ist Ostbayern. Das ist schon ziemlich am Arsch der Heide eigentlich, in Anführungszeichen ein bisschen. Und wir haben immer damit geworben, auch bei Sponsoren und bei der Stadt, hey, wir bringen internationale Teilnehmer nach Regensburg. Und das waren am Schluss immer 20 Hanseln vielleicht, 15 bis 20 Hanseln. Und das stimmte auch. Wir haben einen internationalen Kooperationspartner gehabt, die MLH, der hat das immer beworben. Und da sind auch Leute teilweise geflogen, natürlich geflogen, auch aus Russland beispielsweise, sind auf das Event gekommen. Und wir haben halt definitiv dieses Jahr gesagt, nein, wir reduzieren das. Also wir wollen eigentlich nicht mehr so viel internationales Publikum haben. Turns out, wir hatten diesen internationalen Werbepartner nicht mehr, sind auch nicht mehr so viele gekommen. Oder haben sich nicht so viele beworben. Wir hatten dann vier, ich glaube, Jungs aus der Slowakei. Ich weiß nicht, ob die mit dem Auto gefahren sind. Die sind, glaube ich, mit dem Auto gefahren. Ja, die sind zusammen mit dem Auto gefahren. Das waren vier Freunde. Genau. Und das waren wirklich die einzigen, glaube ich, wirklich international waren. Ich glaube, noch jemand aus Florenz war, glaube ich, noch jemand da. Aber sonst war der Fokus schon ziemlich auf Deutschland, sieht man auch auf der Karte gleich. Und der primäre Fokus auf Regensburg, also wir hatten 81 von 120 Leuten, waren aus Regensburg. Wir machen auch das immer, weil es ja ein studentisches Event ist. Also diese 120 Entwickler sind groß als Studenten. Und wir machen eine Reisekostenrückerstattung. Und haben deshalb gesagt, wir haben dieses Jahr halt nur für Bahnreise. Also wenn du uns dein Bahnticket gibst, zahlen wir das eine Rechnung für das Tanken, zahlen wir halt nicht einfach. Und wir haben halt im Vorfeld die Leute versucht anzuregen, wer Fahrgemeinschaften bilden will, kann Fahrgemeinschaften bilden. Also wir haben praktisch in Discord reingestellt, wer kommt aus welcher Stadt, wie viele Leute kommen aus welcher Stadt. Hey, bildet Fahrgemeinschaften, wenn ihr fahren wollt. Haben wir das getrackt, wie gut das funktioniert? Nein. Jeder, der schon mal ein Event organisiert hat, weiß, wie viel Aufwand das ist und wie viele Stellschrauben es gibt und wie viele unterschiedliche Sachen es zu tun gibt. Da läufst du wenig den Leuten nach. Du kannst natürlich eigentlich bei der Registrierung fragen. Aber ja, also wissen wir nicht, wie viele jetzt tatsächlich mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug gekommen sind. Ich hoffe, mit dem Flugzeug keiner. Genau, das ist so ein bisschen die Verteilung. Also man sieht schon diesen regionalen Fokus, ist jetzt keine Heatmap, aber der Fokus ist schon diese Achse bis nach Passau runter, Ingolstadt, München, Regensburg. Genau, und diese restlichen, sagen wir mal 30 bis 20 Leute, 20 bis 30 Leute verteilen sich so außenrum. Genau in Österreich hatten wir auch dabei. Genau. Genau, also Mobilität ist der Haupttreiber. Auch, ich schätze bei uns, ist das auch der Haupttreiber des Fußabdrucks. Genau, Venue zu dem Thema. Wir fragen am Anfang ab, ob man jemanden einen Schlafplatz braucht und haben daraufhin dieses Jahr 35 Feldbetten in der Location selber zur Verfügung gestellt. Das funktioniert auf einem Hackathon. Das ist schon sehr kuschelig in dem Raum. Der ist ein Viertel von dem Raum vielleicht hier so groß und 35 Feldbetten da unterzukriegen ist schon, ja, haben schon auch ein paar Teilnehmer geschluckt. Dieses Jahr müssen wir vielleicht dieses Jahr, äh, letztes Jahr geschluckt, müssen wir dieses Jahr vielleicht mal entzehren. Ähm, aber das passt. Die Leute sind eigentlich relativ dankbar. Die Coden bis um 2, 3 Uhr in der Nacht, fahren dann um, schlafen ein paar Stunden und müssen nicht irgendwie extern nochmal ins Hotel oder wir hatten immer Jugendherbergen die Jahre davor. Also das funktioniert da. Deswegen dieser ganze Hotelaspekt und CO2-Fußabdrucktreiber ist auch bei uns weggefallen, weil die Leute einfach vor Ort schlafen konnten. Energy und Climate, das ist mit so das, also ist ein interessanter Punkt und auch ein bisschen schwieriger, ähm, weil ich zu wenig Ahnung habe. Und weil Kommunikation schwierig ist, ähm, erzähle ich gleich. Die Location ist die Techbase in Regensburg, das Gebäude, gebaut, glaube ich, irgendwann zwischen 2010, 2015, so um den Dreh. Also es ist ein relativ neues Gebäude, high-tech, ne, es ist ein Start-up-Center, ähm, da muss natürlich alles fancy gerein verbaut werden, so. Das Gebäude ist, ist ein gutes Gebäude, das ist, würde ich jetzt also als Laie sagen, modern, hat ein paar Features, ähm, hat Solaranlagen auf dem Dach, hat Regenwasserfiltrationsanlagen auf dem Dach, könnt ihr alles mal googeln, alles hochinteressant. Hat ein Blockheizkraftwerk mit Gas und, ähm, ähm, einen Eisspeicher. Ähm, der so, diese Konzepte von latenter Wärme, praktisch dieses, wenn Wasser gefriert, also vom flüssigen zum eisförmigen Zustand umgegeht, wird da nochmal energiefrei. Und das Ding gefriert halt und du kannst es halt zur Unterstützung der, der, ähm, der Klimaanlage im Sommer nutzen, diesen Eisblock. Das ist, glaube ich, der größte Eisspeicher Bayerns, ich weiß nicht, ob es mittlerweile einen größeren gibt, steht auf jeden Fall noch auf der Website, da habe ich jetzt nachgeschaut. Das heißt, die haben super viele Faktoren, auch wie das Blockheizkraftwerk, ähm, und diesen Eisspeicher, die intelligent zusammenspielen. Wie ist einerseits die Auslastung im Gebäude, einerseits, wie ist die, ähm, wie ist die Temperatur draußen, ähm, und so weiter. Und nachdem steuert sich dieses System automatisch intelligent. Ich habe nachgeschaut, das Wetter am 25.05., und wir erinnern uns da auch ziemlich dran, das war schon ziemlich warm. Im Juni letztes Jahres, das war doch die Zeit, wo es dann so richtig losgegangen ist mit diesen krassen, diesen krassen Sommertemperaturen. Und wir hatten da schon, Ende Mai schon eigentlich diese Temperaturen. Und ich weiß auch, dass wir am Ende, bei der letzten, beim Abschluss vom Event, richtig krass die Klimaanlage haben laufen lassen, um das runter zu kühlen. Und eine Woche vorher waren es ein bisschen, so ungefähr acht Grad weniger. Warum es wichtig ist, sieht man immer in den Zahlen, den Verbrauch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Der Verbrauch ist in dieser KW21, wo der Hacker-Book stattgefunden hat, war deutlich höher. Man sieht es, Donnerstag 1325 Kilowattstunden mehr, Freitag 894 Kilowattstunden mehr, um Samstag 648 Kilowattstunden mehr. Was man dazu sagen muss, das Event geht am Donnerstag um drei Uhr nachmittags los, dann komplett durch, Freitag komplett durch, und am Samstag endet es um am Abend. Warum ist jetzt der Donnerstag so hoch? Wir kriegen nicht für diese Räume einen einzelnen Zählerstand raus. Also auch zum Thema Wassermanagement, ich kriege auch, ich habe überhaupt keine, ich habe die fünfmal Nachfrage, ich kriege auch keine Daten zum Wasserverbrauch. Wahrscheinlich, weil er in den Keller laufen muss, derjenige, der dafür zuständig muss, manuell nachschauen müsste, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, er hat mir auf jeden Fall nur die Stromverbrauchszahlen genannt. Wir haben keine Ahnung, Freitag ist ein Homeoffice-Tag, das ist ein vermietetes Gebäude, wir sind unten drin mit 120, 130 Leuten plus Aussteller, die noch irgendwas angesteckt haben. Warum der Verbrauch jetzt am Donnerstag so extrem hoch ist, keine Ahnung. Also wir haben externen Catering Freitag und Samstag gehabt, der das Essen schon fertig gebracht hat in Wem-Halte-Boxen. Am Donnerstag hat praktisch, da ist auch so eine Kantine drin, die haben selber gekocht. Vielleicht waren das die, keine Ahnung. Also es ist mir nicht erklärlich, warum jetzt dieser Donnerstag so viel höher ist, aber ja, also werde ich persönlich nicht schlau draus. Und das hat mir auch die Verwaltung des Gebäudes gesagt, die Zahlen sind nicht wirklich miteinander vergleichbar, weil eben diese ganzen unterschiedlichen Mechanismen basierend auf Wetter und Auslastung intelligent gesteuert werden. Deswegen keine Ahnung. Genau, zum Thema Catering. Also das ist so ein Faktor, warum ich schwierig dahinter geschrieben habe. Weil soll ich dann den Leuten sagen, steckt eure Laptops nicht die ganze Zeit über Nacht an, wenn ihr nicht am Ding sitzt. Also ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein Faktor ist. Genau, Catering. Wir haben uns entschieden, kein Fleisch irgendwie zur Verfügung zu stellen. Wir haben kein Bio gemacht, keinen Fokus auf Regionalität und Sessionalität gelegt. Mit Geld lässt sich vieles regeln. Also ich kann transparent, glaube ich, sagen, also ihr müsst euch vorstellen, die Leute zahlen nichts, dass sie da hinkommen. Das Callplay ist kostenlos für Studenten, damit es möglichst barrierefrei für jeden ist. Sie kriegen Frühstück und zwei warme Mahlzeiten eigentlich zur Verfügung gestellt, plus eventuell teilweise noch Mitternachtssnack und sonstige Snacks und Getränke. Das ist alles kostenlos. Catering hat letztes Jahr ungefähr 16.000 Euro ausgemacht. Das sind fast 50% unseres Gesamtbudgets. Das ist ein riesen Kostenpunkt. Und es wird dieses Jahr noch mehr mit den Energiekosten, die gestiegen sind und so weiter. Oder Inflation. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass es nochmal gestiegen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall extrem viel. Und wenn wir halt noch zu dem Caterer sagen, wir wollen bitte nur Bio und nur Regional, dann streikt der Preis halt exorbitant weiter. Beziehungsweise der Caterer hätte es, glaube ich, gar nicht zur Verfügung gestellt. Das ist so das Problem. Wir haben halt das Catering-Team, Props an die, haben halt den Fokus darauf gelegt, so Sachen zu vermeiden. Wir brauchen keinen Avocadosalat beispielsweise oder sowas. Dann gibt es halt irgendeinen Feldsalat oder sowas. Also so haben wir dann versucht, da ein bisschen drauf den Fokus zu legen. Genau. Und wir haben das Frühstück selber geschmiert und organisiert. Wir haben einfach bei der Metro eingekauft. Da haben wir halt die meiste Kontrolle darüber, was wir kaufen. Und haben wir selber belegte Sendungen gemacht. Genau. Ich verstehe auch tatsächlich nicht, warum auf Chaos-Events das nicht so durchgesetzt ist mit dieser No-Meet-Policy, ehrlich gesagt. Also es war in Hamburg jetzt schon so und auch hier so. Ich muss selber sagen, ich nehme mir dann auch abends eine Salami-Semmel, weil ich, keine Ahnung, verpeilt bin und weiß nicht, ich bin ein schwacher Mensch. Aber wir haben halt gesagt, die drei Tage hältst du halt aus. Und es gibt überall genügend Möglichkeiten, sich auch Fleisch zu besorgen, wenn man da unbedingt Bock drauf hat. Aber wir können halt schwierig verantworten, dass wir sagen, wir wollen irgendwie nachhaltig sein. Und dann gibt es halt immer noch ein zusätzliches Fleischgericht. Funny Story zu der ganzen Thematik, es macht auch Sachen einfacher. Also vegan, vegetarisch macht es einfacher, weil du nicht eine dritte Variante mit Fleisch hast. Plus, ich sage euch, ich hatte 2018 die Situation, wir hatten einen, der zu mir hergekommen ist. Also wir haben immer mehr Leute, die einen indisch-pakistanischen Hintergrund haben oder einen muslimischen Hintergrund haben, die bei uns aufs Event kommen und die dann, dann kam einer zu mir her, du, wegen heute Abend zum Essen. Ja, ja, das ist Ramadan, kann nichts essen. Okay, das hättest du mir vielleicht vorher sagen müssen, bevor alles Essen weg war. Ja, ja, was machen wir da? Ja, fährst du mich zum McDonalds dann ab 12 oder sowas. Und dann bin ich mit dem zum McDonalds gefahren und habe den einen Fischburger gekauft. Also das ging dann irgendwie, aber es macht, es hat nicht so viel Stress gemacht, aber es vereinfacht, die Geschichte verdeutlicht so ein bisschen, es macht Sachen einfacher. Also es macht so, alle kriegen was, alle werden glücklich. Gut, man kann auch immer noch Allergien im Vorfeld abfragen, haben wir auch gemacht. Aber es macht es einfacher auch, einfach für den Event-Organizer kein Fleisch anzubieten. Plus Kühlketten, ja, ich führe es jetzt nicht weiter aus. Genau, Guests und Giveaways. Das nachhaltigste Giveaway ist kein Giveaway. Aber bei Hackertons geht es schon so ein bisschen um Looten und Leveln. Es hält sich bei uns noch in Grenzen, finde ich. Gibt da andere Events, wo das dann, wo das exzessiv betrieben wird, wo Leute nur hingehen und dann, um ihr Zeug zu kriegen und dann wieder zu gehen. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben aber schon darauf hingewiesen, dass wir die Sponsoren auf Nachhaltigkeit der Giveaways hinweisen. Kauft nicht den x-ten Plastikstift, kauft nicht irgendwie den zehnten Multitool-Flaschenöffner oder sowas. Den hat jeder daheim, kauft irgendwas, was ein bisschen sinnvoller ist. Also sie haben dann tatsächlich versucht, gut, gewisse Firmen schaffen es immer nicht, aber diese Brotzeitdosen, diese Müsli-Bäche, also ich benutze die einfach selber auch mittlerweile. Ich hoffe, dass die Teilnehmer, die auch benutzen, die haben halt einen Mehrwert und werden halt dann einfach wiederverwendet im Alltag. Und das finde ich dann schon mehr sinnvoll, obwohl es halt, wenn dieser Pack leer wäre, das eigentlich am besten wäre. Genau, Kommunikation und Evaluierung. Wir haben halt diese ganzen Punkte, die ich jetzt auch schon genannt habe, die so ein bisschen kritisch oder schwierig sind, versucht, transparent zu kommunizieren, vor und auf dem Event und auch versucht, in einer sehr komprimierten Version, das, was ich jetzt euch heute über dieses Konzept dahinter erzähle, den Teilnehmern irgendwie mitzugeben. Genau, und wir haben versucht, Teilnehmer-Awareness zu schaffen. Also wir haben versucht, das Event, die Event-Location mit dem Konzept irgendwie zu verknüpfen. Dass die Leute, also das ist dieses, das ist das Überthema eigentlich über dem Ganzen. Ich kann nicht sagen, wir machen ein grünes Event, dann machen wir irgendwie drei grüne Projekte, aber sonst ist nichts grün auf dem Event, sondern ich muss das halt in meiner gesamten Event-Struktur eigentlich durchziehen, alle Punkte bedenken. Und wir wissen diese Punkte, aber die Teilnehmer wissen das nicht und haben halt deswegen das versucht, miteinander irgendwie greifbar zu verknüpfen. Und da kommt eigentlich das Logo ins Spiel. Das ist an der Bushaltestelle vor der Tech-Base und wir haben auf der ganzen Event-Location, was ist denn, 20, 30, solche kleinen Zettelchen verteilt, wo bei einem Mülleimer, bei einem Wasserhahn, bei der Klimaanlage und so weiter, bei Steckdosen teilweise auch, beim Catering vorne, zwei Stück, glaube ich, waren da auch immer da, dieses Konzept praktisch physisch dargestellt war und den Leuten erklärt wurde, wo sie jetzt gerade sind, was das denn mit dem Gesamtkonzept des Events zu tun hat. Weiß ich, ob das irgendjemandem was gebracht hat? Nein, wird es jemanden mal gesehen haben und mal gelesen haben und vielleicht verstanden haben? Ja, glaube ich schon. Genau, das war unser Ansatz, praktisch dieses Konzept irgendwie in die Realität zu bringen oder physisch zu manifestieren irgendwie. Genau, übermotiviert, wie ich manchmal bin, habe ich gesagt, machen wir KPIs. Also KPIs, auch schwieriges Thema. Keiner war begeistert. Ich dachte, das ist voll cool, das Event irgendwie mit gewissen Werten irgendwie Ding festzumachen und dann zu sagen, hey, wir tracken die irgendwie jedes Jahr und dann schauen wir mal, wie wir uns verbessern über die Jahre. Ich habe schon gesagt, verlässliche Daten aus dem Energieverbrauch rauszukriegen, ist schwierig. Diese Vergleichbarkeit zwischen den Wochen funktioniert ja zum Beispiel schon nicht, wenn irgendwie ein größeres Event auch eine Woche vorher zum Beispiel in den Räumlichkeiten ist oder irgendwas anderes, dann funktioniert es ja schon wieder nicht, weil wir es nicht unabhängig davon tracken können. Wir haben so CO2-Rechner ausprobiert. Ich finde das nicht seriös, jetzt irgendwie hinter einem Teilnehmer eine Kilogramm Anzahl CO2 für das Event zu schreiben. Sag ich ganz ehrlich, kann ich nicht, weiß ich nicht. Und Wasser können wir auch nicht getrennt erfassen. Das Channel Split kann ich euch sagen, 78% Männer, 21% Frauen, 1% divers, zumindest was die Leute bei der Anmeldung angegeben haben. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein klassischer IT-Schnitt ist. Genau, das ist das. Und das Thema Müll ist noch ein anderes. Also wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal versucht, getrennte Mülleimer anzubieten. Da muss dann aber der Putzkraft hinterherlaufen, die durch die Räumlichkeiten geht und sagt, bitte nicht alles in einen zusammenschütten. Das war dann nämlich auch ein Problem. Und es ist einfach nicht hundertprozentig in der Realität umzusetzen. Weitere Geschichte, das ist alles Papier, was wir verbraucht haben. Das stand in der Tiefgarage. Und dann kam der Hausmeister, hat mir dann zwei Tage später geschrieben, hey, hol dir euer Müll noch ab. Nicht so, den entsorgt doch ihr oder, nee, nee, den entsorgt schon ihr selber. Und dann, ja, okay, eine Woche später bin ich dann mit irgendeinem E-Transporter, den man sich hier in der Stadt mieten kann, ziemlich günstig da hingefahren und habe versucht, alles in diesen Truck reinzuladen. Turns out, diese Tiefgarage ist irgendwie so gebaut, dass da Regenwasser irgendwie sich sammeln kann. Sprich, diese ganzen Kartons waren ziemlich vollgesogen mit Wasser. Soll ich die wiegen? Ist das dann irgendwie aussagekräftig, jetzt wie viel Müll das war? Ist das eine Kubikmeter Anzahl, die ich da tracken könnte? Also das ist auch schwierig. Und ich kann auch, ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen Tag Aufbau, ist ja hier auch so, zwei Tage Aufbau, habe ich gehört von Benni zum Beispiel. Einen Tag aufräumen und drei Tage Event. Wenn wir diesen Müll haben und ich irgendjemandem vom Organe Team sage, hallo, hier ist meine private Personenwaage, könnten wir noch den ganzen Müll wiegen? Da zeigt mir auch jeder den Vogel. Also das ist auch dann immer nicht umsetzbar an mancher Stelle schwierig. Man könnte die Kubikmeter Anzahl messen, das würde gehen. Ist dann die Frage, wie effizient man es zusammenpresst dann auch noch. Also an sowas scheitert es dann teilweise immer in der Realität. Genau, das waren diese ganzen Über-, also wie wir versucht haben, das Event irgendwie grüner und nachhaltiger zu machen. Und dann gibt es bei uns sowas, das nennt sich Tracks. Das geht dann eher in die inhaltliche Richtung. Also nicht jeder, der auf den Hackathon geht, hat die nächste crazy Startup-Idee und will das auch gar nicht. Sondern er möchte einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Wochenende mit Freunden oder neuen Leuten, die er kennenlernt, irgendein cooles Framework ausprobieren, irgendeinen fancy Shit basteln. Aber er möchte nicht der nächste Entrepreneur werden. Deswegen brauchen die Leute meiner oder unserer Ansicht nach immer so ein bisschen so gewisse Guidelines, wo es hingehen kann. Und wir haben fünf Guidelines immer. Dieser Free Track heißt immer, ihr könnt da einreichen, was ihr wollt. Wir haben einen Mobility Track gemacht. Wir haben viele Automobilindustrie, also wir haben Automobilindustrie als Sponsor. Dem musste halt leider auch irgendwie gerecht werden. Wir haben irgendwie versucht, soziale Projekte, soziale Ideen zu fördern. Wir hatten die Stadt Regensburg mit ihrer Smart City-Initiative vor Ort, das zeige ich euch auch noch gleich. Die haben irgendwie diesen lokalen Track bespielt. Und dann Reduce the Footprint ist irgendwie KI zu nutzen, um irgendwie lokalen Impact zu haben. Genau, das waren praktisch diese fünf Tracks. Für jeden Track gibt es einen Gewinner und ein Preisgeld. Und Sponsoren können dann praktisch als Leistung, das machen nicht alle, weil es für die auch aufwendig ist, noch einzelne Challenges reingeben. Wir sagen da immer bewusst, macht keine Challenge, die bei euch in der Firma ein Problem ist, die dann die Leute lösen sollen. Das wird nicht funktionieren. Sondern sie versuchen immer so ein einzelnes Thema, Daten, Ressourcen reinzugeben und die Leute machen dann was damit. Genau, das ist so praktisch, wie wir versucht haben, die Projekte, die praktisch auf dem Hackathon entstehen, irgendwie in eine gewisse Richtung zu leiten. Wenn man DevPost, HackerWorks 2023 googelt, findet man auch alle Projekte. Das habe ich mir jetzt gespart. Genau, es gibt immer so 25 Projekte, die dann am Ende eingereicht werden. Genau, letzter Punkt, vorletzter Punkt, Workshops. Wir hatten einen coolen Sponsor, den haben wir dieses Jahr wieder. Das ist die Stadtverwaltung in Regensburg. Die haben durch Bundesgelder mindestens eine Stabsstelle, glaube ich, finanziert mittlerweile, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, eine und das andere ist, glaube ich, ein normaler öffentlicher Dienst. Das ist das Smart City Projekt der Stadt Regensburg. Die haben ganz viel angesammelt von Bürgern, wo Probleme sind, wo die Stadt smarter gemacht werden kann, was das auch immer heißt. Und auch nachhaltiger gemacht werden kann, was auch das immer heißt. Im lokalen Umtext. Und versuchen das umzusetzen. Und die waren halt dieses Jahr auch Sponsor. Auch eine Selbstwirksamkeit im Kleinen. Das heißt praktisch, vor Ort irgendwas ändern, macht halt irgendwie meiner Meinung nach auch Sinn. Und dann halt so einen Partner wie die Stadt Regensburg zu haben, macht halt auch total Sinn. Und normalerweise haben wir immer, also wenn du Hauptsponsor bist, also wir haben so Packages. Du kannst kleiner Sponsor sein, mittlerer Sponsor sein, Hauptsponsor sein. Dann kriegst du unterschiedliche Rechte. Dann kannst du dich unterschiedlich irgendwie platzieren auf dem Event. Und normalerweise machen halt immer Firmen, die Hauptsponsor sind irgendeinen technischen Workshop. Keine Ahnung, wie heißt das immer? Raspberry Pi, Kubernetes Cluster aufsetzen. Das ist so ein klassischer Workshop, was man da einmal so kennt. Oder irgendwie in irgendein mobiles Framework irgendwie einführen oder so. Es macht bei der Stadt jetzt nicht so viel Sinn mit Rnext. Wir dachten, wir bieten denen eher eine Bühne, dass ich die platzieren kann. Und wir haben einen Vortrag bekommen, das ist im Forum der Techbase im Innenhof. Da haben wir einen Vortrag gehört zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Also überhaupt mal die Stadt stellt vor, was sie dann überhaupt machen da. Der war auch ziemlich voll. Das ist dann bei der Diskussion ein bisschen weniger geworden. Es gab dann im Anschluss eine Fishbowl-Diskussion zwischen dem Leiter der Energieagentur hier in Regensburg und dem, der Stadt Regensburg ganz links. Und einem Unternehmer, einem grünen Unternehmer in Regensburg. Und zwei Plätze waren frei. Das heißt, das Publikum konnte praktisch auf die Bühne gehen und mitdiskutieren. Das hat extrem gut funktioniert. Die Zeit war tatsächlich fast zu knapp einfach. Aber es wurde extrem viel über nachhaltige Stadtentwicklung und über Fragen an den Unternehmer und an die Energieagentur in Regensburg gestellt. Und das war eigentlich ganz cool. Und das ist auch das, was wir eigentlich erreichen wollten oder wo ich glaube oder wo wir glauben, dass wir den meisten Impact haben. Dass wir den Leuten irgendwie was mitgeben. Und das haben auch hinterher etliche geschrieben, dass sie einfach dieses, also wir haben einen Feedbackbogen hinterher immer, den Leute ausfüllen können. Und da kam wirklich oft zurück, dass sie es in diesem Talk einfach gut fanden. Und dass halt nicht, dass dieses Format Hackathon nur so eine Recruiting-Startup-Blödsinn-Bubble ist, sondern dass man aus diesem Format einfach was Cooles machen kann. Und den Leuten irgendwas wirklich mitgeben kann. Dass sie vielleicht Sachen schon mal gehört haben, Zusammenhänge verstehen. Genau das war so die Idee, die wir dann versucht haben, mit diesen Tracks und Workshops umzusetzen. Fazit. Ja, keine Ahnung. Also wir machen das auf jeden Fall, also findet ja wieder dieses Jahr die Hackerburg wieder statt. Ende Mai, hackerburg.de. Nochmal so viel Schleichwerbung am Nebenein. Wir werden viele Punkte übernehmen. Manche nicht, manche schon. Also zum Beispiel das Catering werden wir wieder so machen. Wir werden die Teilnehmer wieder so einladen. Werden wir das Tracking von diesen KPIs machen? Ja, werden wir Plakate bestellen, die Blauer Engel zertifiziert sind beispielsweise? Nein, ist irre teuer. Und es ist auch diskutabel, ob so recyceltes Papier wirklich so viel besser ist. Wahrscheinlich keine Plakate wären am besten. Genau, wir werden einfach versuchen, das, was wir letztes Jahr so mitgenommen haben, als so Best Practices irgendwie wieder umzusetzen. Genau, das war so unser Fazit. Wir glauben, das kam letztes Jahr gut an. Viele haben das verstanden, was wir da versucht haben zu machen. Manche nicht. Aber genau. Nochmal danke an den Verein, die das alles irgendwie organisieren, für die ich jetzt hier spreche. Und dann, glaube ich, können wir noch ein paar Fragen stellen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag und auch für die vielen Erfahrungen. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt doch einiges gelernt. Und auch einige schöne Sachen, wo ich sagen muss, gut, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Genau, ich würde dem Publikum kurz Zeit geben, sich schon mal ein paar Gedanken zu machen, was es an schönen Fragen gibt. Ich habe nämlich selber schon ein paar und nachdem ich hier Moderator bin, nehme ich mir einfach heraus, dass ich die erste stellen möchte. Genau, und zwar, du hattest ganz am Anfang erwähnt, ihr wolltet explizit nicht kompensieren. Das finde ich sehr gut, ehrlich gesagt, weil das auch so ein bisschen, weiß nicht, so Greenwashing-mäßig den Leuten ein gutes Gewissen macht, obwohl es nicht da sein sollte. Wenn ich jetzt aber auch, um diese Awareness zu verbessern, sage, ich würde gerne das einpreisen. Also ich sage den Leuten, gut, dieser Anteil des Tickets, das ist dafür, dass ihr kommen könnt. Und dieser Anteil des Tickets ist dafür, dass ihr gekommen seid und damit CO2 verursacht habt und damit wollen wir zum Beispiel dieses bestimmte Projekt dann noch fördern. Du hattest jetzt gemeint, es ist sau schwierig, das insgesamt zu berechnen. Hast du eine Idee, wie man das berechnen würde und weißt du, was es da für Möglichkeiten gibt, dann sinnvoll zu kompensieren? Habt ihr euch damit beschäftigt? Ja, also erstmal zu dem ersten Teil der Frage, wir haben keine Ticketpreise. Also das Event ist ja kostenlos. Klar hätte man kommunizieren können, hey, so und so viel Prozent des Budgets beispielsweise gehen in irgendein nachhaltiges Projekt, haben wir nicht gemacht. Stimmt. Und es gibt, wir hatten mit dem Nachhaltigkeitsmanager der Stadt Regensburg ein Gespräch, den Michael Greiner, glaube ich, heißt der. Der hat uns, also man findet natürlich CO2-Berechner online noch und nöcher. Der hatte uns da so einen Berechner geschickt, der seiner Meinung nach seriös wäre. Das ist so eine, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon irgendwie so eine ominöse, also so eine riesige Excel gewesen, in die wir das dann eintragen mussten. Ich habe das bloß noch ganz grob im Kopf, wir haben es dann am Schluss nicht gemacht. Aber ich glaube, dass es da so fertige Lösungen einfach gibt dafür. Ich habe am Kongress auch, da war auch eine Diskussion zum nachhaltigen Eventmanagement. Und da hat, da habe ich so ein bisschen, es ging aber ums Camp und da hat dann jemand gesagt, die Hauptorga sagt auch immer, das müssen die einzelnen Unterorganisationseinheiten mitdenken. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig. Ich glaube, dass das schon zentral irgendwie gepusht werden muss, das Thema und dass man irgendwie dann immer darauf drängen muss. Ich habe auch verständlich, und die Orga, also letztes Jahr beim Camp hat er gesagt, wir haben da keine Kappa für. Und diese Berechnung mit dem CO2 ist das Gleiche. Ich bin bei uns die Hauptorga, hatte keine Kappa mehr für. Deswegen, du setzt dich dann halt irgendwann nicht mehr damit auseinander, weil du sagst, ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Das war so der Hauptgrund. Deswegen weiß ich nicht so viel, aber es gibt definitiv online CO2-Rechner. Okay, das wäre dann zumindest was, wo man vermutlich im Zweifelsfall, gerade wenn man es selber nicht schafft bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, dann die Teilnehmer nochmal motiviert, selber das Ganze in einen persönlichen CO2-Rechner einzugeben. Das klappt wohl auch ganz gut. Das wäre das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Aber gut zu wissen, dass es da eben auch Lösungen gibt, die man einfach nutzen kann. Schön. Ja, gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ich sehe eine Frage. Ich flitze mal schnell zu dir rüber. Hallo, du hattest bei dem Catering-Thema kurz angesprochen, dass ihr euch entschieden habt, kein Bio zu haben. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, was du damit meinst und was dann kein Bio für dich heißt? Also wir haben diejenige da, die Catering organisiert hat. Also ich könnte es auch noch weiterleiten, wenn ich etwas Falsches sage. Du stellst eine Catering-Anfrage und wir hatten eigentlich auch eine limitierte Anzahl an Caterer, die über... Also, nee, muss ich anders erklären. Diese Techbase hat eine Speicherbar, das ist diese Küche und dieser Bar-Bereich. Und da dürfen eigentlich nur zwei Caterer rein, die da irgendwie eigentlich erlaubt sind. Das ist einerseits die, die wir dann im Finale genommen haben und eine Metzgerei, die auch Party-Service war. Also schiebt die zweite Möglichkeit schon leider ein bisschen aus. Und dann haben wir natürlich gesagt, naja, schauen wir mal vom Preis, ob das geht. Und ich glaube, dass die einfach auch kein Bio-Angebot hatte. Man kann das natürlich immer fragen, aber wenn die das nicht irgendwie in ihrem Standardsortiment drin hat, dann wird die das nicht anbieten. Und keine Ahnung, ich weiß auch nicht immer, ob Bio dann wirklich nachhaltiger ist. Bei Fleisch ist es auch wirklich fragwürdig, glaube ich, ob es dann wirklich besser ist. Kann besser sein. Wir haben dann einfach keinen Fokus mehr draufgelegt, weil der Caterer, glaube ich, einfach nicht das Angebot hatte dazu. Ja, willst du was dazu sagen? Also bei dem Punkt Bio, wir hatten tatsächlich schon überlegt, ob wir einen anderen Caterer nehmen, anstatt diesen Vertrags-Caterer. Weil man denkt sich, ja, fuck ab, also warum muss ich jetzt den nehmen? Und haben dann ein Angebot eingeholt von der Susi. Die macht Bio-Catering, aber die war scheiße teuer. Also war einfach zu teuer. Und dann bräuchten wir mehr Sponsoren. Dann hast du mehr Firmen auf dem Event, das kommt nicht so gut an. Oder verlangst du Geld. Also das ist einfach das praktische Problem. Also wir haben keinen Fokus auf Regionalität und Bio gelegt. Klar hätten wir das gerne, aber es bieten halt nicht viele Caterer einfach an. Und wenn, dann sind sie teuer. Sehr teuer. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn man nicht das Ganze einfach selber kochen kann. Hey, wir haben schon Kaffee selber gekocht, das war schon ein Drama. Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe es ein bisschen mitgekriegt, ich habe drüben in der Küche schon geholfen. Ja, wir hatten auch sowas wie das ewige Frühstück, nur in der Früh beschränkt. Also auch nochmal Respekt an die ganzen Enkel, die das machen. Wir haben das letztes Jahr selber im eigenen Leib erfahren, wie das ist. Das ist einfach echt Aufwand einfach, das alles selber zu machen. Schweiß die Leute zusammen. Genau, aber ja. Weitere Fragen? Ja. Jetzt zu versuchen, dieses ganze Event grün zu organisieren, was würdest du im Endeffekt sagen, wie viel Mehraufwand war das für euch und hat sich das deiner Meinung nach gelohnt? Das hat sich vielleicht für mein Gewissen gelohnt. Das Hauptproblem ist, dass das, was ich euch gezeigt habe, nicht in dem Umfang verfügbar ist. Vor allen Dingen nicht für irgendwie Hackathons und so in der Klarheit. Klar, es gibt dieses PDF, aber das Hauptproblem war einfach, okay, wir wollen das jetzt irgendwie grün machen, okay, wir müssen irgendwie ein Konzept schreiben. Okay, und wir wollen das irgendwie durchziehen. Dieses Workshop-Thema und dieses Track-Thema, das ist das Geringste. Wirklich diese Hauptpunkte mit diesem Konzept und das wirklich, wir treffen uns wirklich, also jeden Monat einmal zu einer Vereinssitzung, das ist natürlich die Heckerburg immer so das Hauptthema. Und dann versuchst du halt immer bei jeder AG, die für Location, Catering und so weiter zuständig ist, dann immer nachzufragen, dieses Thema mitzugeben. Und ich glaube, wenn, also jetzt dieses Jahr ist es nicht mehr viel Aufwand, weil wir das ja alles einmal gemacht haben und das einmal wissen und diese Grundprinzipien haben, aber das initial zu entwickeln, das war schon, also es war auf jeden Fall mehr Aufwand. Und das ist auch das, ich habe dieses Jahr zum Beispiel, oder auch der Vorstand allgemein hat einfach dieses Jahr weniger Zeit, Themen zu treiben. Wir hatten das Motto dieses Jahr Connect the Unconnected. Also wir wollten eigentlich 2024 irgendwie Leute, die weniger Zugang zu digitaler Infrastruktur haben, die Möglichkeit geben, irgendwie mehr teilzuhaben vielleicht an der Gesellschaft. Das war so die Idee. Wir lassen es jetzt fallen, weil keiner Zeit dafür hat, es umzusetzen. Das ist, dann ist es halt nur so ein bisschen eine leere Hülle, ist nicht so krass durchgesetzt wie letztes Jahr, aber es scheidet halt immer an einzelnen Personen, die das dann organisieren. Und ja, es ist letztes Jahr viel Aufwand. Dieses Jahr das umzusetzen, es ist nicht mehr so viel Aufwand. Es läuft so nebenher. Jeder denkt es mit, jeder hat es drin. Aber letztes Jahr war es Aufwand. Ja, definitiv. Mehr Aufwand. Viel weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall mehr Aufwand. Und gebracht, ja, glaube ich schon in gewisser Weise, dieses Mobilitätsthema war der Haupttreiber. Wir haben definitiv sinnvollere Giveaways, nicht so viel Plastikmüll. Und ich glaube, so was wir aus dem Feedback rausgelesen haben, der Leute, dass Leute wirklich was mitgenommen haben vom Event. Also wirklich so ein Erziehungsfaktor ist falsch, aber so ein Bildungsfaktor vielleicht, den das Event dann wirklich hat. Auch auf einer anderen Ebene als einer technischen. Noch jemand fragen? Und jemand eine extrem lange Antwort? Ich habe eine kurze Information. Du hattest ja bei deinem Stromverbrauch dich gefragt, warum der am Donnerstag so hochgeschossen ist. Der Donnerstag in der Vorwoche war Christi Himmelfahrt. Und damit Feiertag. Ah. Sehr gut. Der Donnerstag, wo ist es? Ah ja. Ja, aber was ich dann trotzdem... Nein, nein, das Stören macht schon Sinn. Dann macht es Sinn, weil die Tage untereinander stimmen mir, dass der Freitag der höchste Verbrauch war. Ja, das habe ich nicht nachgeschaut. Dachte nicht, dass das ein Feiertag war. Nein, makes sense. Ja, also das Gebäude an sich ist schon, glaube ich, so was Gebäudetechnik angeht, ist schon ganz sinnvoll, so wie die das gebaut haben zum damaligen Stand der Technik. Genau. Ich weiß nicht, ob man weniger irgendwo anders verbrauchen könnte. Und wirklich, ob es was bringt, wenn ich jetzt Leuten sage, achtet darauf, euren Laptop nicht die ganze Zeit angesteckt zu lassen. Keine Ahnung. Ja. Gibt es noch Fragen? Gut, weil dann hätte ich nämlich zum Schluss noch eine. Also wie du schon schön erläutert hast, also das mit dem Überschlagen ist super schwierig und noch schwieriger wird es, wenn man dann erst gar nicht an die Zahlen drankommt. Gab es denn jetzt noch andere Seiten, wo ihr gesagt hättet, das hat uns Steine in den Weg gelegt, diese grüne Idee umzusetzen? Und zwar jetzt gar nicht irgendwie von Seiten der Machbarkeit, sondern eher so Vorgaben behördlicher Seite. Weil ich kenne das nur irgendwie Hörensagen aus der Medizin, dass da halt Plastikmüll quasi Vorschrift ist. Da mag es einen Sinn dafür geben. Ich kenne mich aber bei allgemeinen Veranstaltungen gar nicht damit aus. Wie sah es denn da aus? Also gibt es da irgendwas, wo ihr euch wünschen würdet, dass das in Zukunft besser läuft, zum Beispiel bei der Stadt? Ich darf jetzt nicht in den Rant verfallen über unseren Vermieter des Gebäudes. Das sind andere Probleme. Nee, eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass wir da irgendwie, wie gesagt, das Geld ist immer so ein limitierender Faktor einfach. Und was du halt willst. Also wir wollen halt Giveaways haben, wir wollen das Event stattfinden lassen. Aber nee, ich glaube, da hat uns keiner irgendwie Stein in den Weg gelegt, wirklich. Also genau, nee. Aber das ist doch zumindest ein schönes Schlusswort. Das heißt, jetzt für alle, man kann es machen, es geht. Es ist Aufwand, ja. Aber wenn man die Leute findet, die es machen möchten und wenn man das Budget dafür findet. Ja, es ist wirklich so, ja. Dann geht das. Gut, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Dankeschön. Dann nochmal ein herzlicher Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank.